Du könntest dir ja niemals eine gleichaltrige Frau suchen. Ab welchem Alter ist ja eine interessante Diskussion. Warum muss sie denn gleichaltrig sein? Also es ist ja auch kann, aber muss ja jetzt auch nicht. Naja, weil es ist eigentlich so, wenn man es ja so macht, so plus minus fünf Jahre oder so. Aber sag mal mal, du mit deinem 45 würdest du ja niemals eine 40-jährige Frau an deiner Seite suchen. Aber erstens steht es nicht fest und zweitens... 100 Prozent!